...Holga, Friedrich Boning, Reitz-Wix und Werner Poeke. Guten Abend. Das ist genial daneben. Und es erwartet uns eine sehr interessante Sendung mit sehr interessanten Gästen und sehr interessanten Mützen. Herr Bader, ich glaube, Sie haben heute keine Chance gegen uns. Weil der Herr Boning, der hat nicht nur den Grimme-Preis bekommen, er trägt ihn auch auf den Kopf. Ah, ich verstehe. Sieht ein bisschen so aus. Aber die Mütze ist halt wirklich kult. Erinnert ein bisschen, selbst gehekelt von dir? Ja, ich habe mir das neulich von meiner Mutter, ich glaube vor Weihnachten war es, noch zeigen lassen. Und dann habe ich mir noch ein Hekelbuch gekauft, um das zu vertiefen. Sehr, sehr schön. Und da oben, was ist das? Pfeifenreiniger? Nein, erst dieser Aufbau, der fehlte ursprünglich. Da war nur dieses gelbe Ding. Das sah mir dann aber zu fallisch. Das war aber nicht beabsichtigt. Das ist nur so zulaufgewiss. Dreh sich das auch. Das sieht ein bisschen aus wie Karlsson vom Dach. Ein Hubschrauber. Sehr schön. Könnte man eine Mechanik ändern. Ich habe mal eine Frage, was ist das für eine Sendung hier? Wir kriegen gleich alle solche mit. Vielleicht. Ich muss weg. Vielleicht als Geschenk von Wiegert, wenn ihr alle so gut seid. Oh, das kann sein. Das soll ich jetzt häkeln. Ja, du musst dann häkeln für alle. Wir fangen mal vorne an. Wir beginnen mit Thomas Müller. Thomas Müller wohnt in Lohr. Das liegt in Bayern. Und Thomas möchte wissen, was ist ein Schweinenippel? Äh, Janet Jackson. Haben wir gesehen. Ganz klar. Das war eine sehr, sehr lustige Pointe. Und ich werde jetzt schnell die Lösung sagen. Bitte gerne. Wenn das kleine Ferkelchen nicht an die Zitzen will von der Muttersau, dann muss der Landwirt es Säugen und das gibt... Der Landwirt. Der arme Landwirt. Oder die Landwirtin, also oder der Knecht, die Knechtin. Gibt es das heute noch, Knecht? Egal, ihr wisst, was ich meine. Die Angestellten auf dem Hof. Und die haben eben, so wie Kinder eine Pulle haben mit so einem Säugring, haben die extra einen Schweinennippel, womit die kleine Ferkel die Milch dann einschützt. Der Aufsatz für die Milchflasche. Ja. Bernhard. Richtige Antwort von Herrn Hanselie. Naheliegend ist bei dieser Sendung ja, das ganz woanders zu suchen. Es hat also weder mit Schwein zu tun, noch mit Nippeln. Was sehr schade ist, aber trotzdem wein. Wir sollten also uns mal auf die Suche machen nach Begriffen, die mit Schwein gekennzeichnet werden, also aus der Drecksau oder so etwas. Vielleicht ist es ja nur eine Lautverschiebung. Es hieß nicht Schweinen-Nippel, sondern Schreiner-Schrippel. Und das sind diese kleinen hölzernen Knubbel, die beim Hobeln abfallen. Wie findet ihr denn Handschuhe? Handschuhe werden doch aus Schweinleder oder aus Rinds. Was sagt der alte Mann? Wenn man sie so findet, mit einem Auge, wenn sonst... Frag ihn nicht, der hat das wahrscheinlich schon wieder vergessen. Also es gibt da Handschuhe, die werden aus Schweinleder oder Rindsleder hergestellt und vielleicht sind Nippel die Finger, Kuppen oder was die dann nochmal... Das sind Schweinen-Nippel bei Handschuhen. Ich würde auch anfügen... Bin jetzt beleidigt. Wieso? Was denn? Nein! Oh! Backwaren, so was wie ein Windbeutel, nur in einer kleinen, also eine kleine Portion. Eine Tüte Schweine-Nippel. Das ist gar nicht so richtig. Aber es hat nichts direkt mit dem Schwein zu tun, so wie Schweinsöhrchen und so weiter. Es hat ja eben nichts mit Gebäck zu tun, das haben wir ja gerade gehört. Ah, ich habe ihn nicht verstanden. Es hat was mit Hinterachsen beim LKW und so zu tun, weil da gibt es irgendwelche Öffnungen, durch die man Öl und Fett einfüllen kann. Der sogenannte, wir alle in Werkstattkreisen wissen es, Schweinenippel. Der Schweinenippel, das ist die Anhängerkupplung von dem Holländer, der seinen Wohnwagen verloren hat und man fährt hinter dem her und weil der so eine Kupplung hat, kann man dem Schwein nicht noch näher auffahren. Wir hätten mit der Frage warten sollen, bis Rudi zu Gast ist. Aber was wäre, im Ruhrgebiet sagt man dazu Profithaken, das ist die Anhängerkupplung. Profithaken? Ja, weil man am Wochenende nochmal den Anhänger reinhängen kann, irgendwo auf den Flohmarkt fahren kann, um dann nochmal den schnellen 50er zu machen. Vielleicht ist es auch so etwas, was man wieder auf die Klebstofftube draufschrauben kann. Ah, der Aufsache. Genau, damit es nicht ausläuft. Da kann man vorne was drauf, immer wieder ein Wiederverschluss, der hängt dann so dran an der Seite und dann kann man das wieder drauf machen, damit der Kleber, zum Beispiel der Kleber, nicht ausläuft. Vielleicht ist es auch das Nübken vorne auf dem Federball. Das könnte jetzt auch sein. So, ich erlöse, ich erlöse uns jetzt mal. Aber Federball könntest du das jetzt, achso, Entschuldigung. Ich erlöse uns jetzt mal, ich weiß es nicht. Bitte gerne. Ich komme ja aus Oldenburg. Ja. Teil von Niedersachsen, früher Großherzogtum, eingeteilt in Nord- und Südoldenburg. Nord- und Südoldenburg. Nord- und Südoldenburg, evangelisch, Südoldenburg, katholisch geprägt durch sehr viel Schweinezucht und leicht nippelförmig, wenn man sich das auf einer Deutschlandkarte mal genau anguckt. Dieser südliche Teil, der wird von den Nord- und Oldenburgern gerne mal Schweinenippel zeichnet. Na? Falsch. Aber schön. Es ist ein Kose-Wort. Für wen? Es ist ein Kose-Wort. Für wen? Für Leute, die so aussehen wie ein Schweinenippel. Die sagen dann, hallo, mein liebes Schweinenippel. So, wenn ich dich so angstache gerade. Mensch, du, ich bin doch komisch. Sollte nicht neben ihm sitzen. Da komme ich immer auf solche Sachen. Nein, Quatsch, Blödsinn. Ich würde ja vermuten, vielleicht ist das wirklich so etwas Profanes wie irgendwie das Ding, wenn man die Wurst zuknotet, dann entsteht da so ein kleines... Das ist es. Das Ding ist der Zipfel, der Wurstzipfel. Das Wurstzipfel ist der Schweinenippel. Das ist über dem Vogelring. Nee, der Wurstzipfel ist der Wurstzipfel. Ja, das denken Sie. Ja, das weiß ich. Der Wurstzipfel ist ja Wurst. Versteht, das ist ja das, was man isst, den Wurstzipfel, was über diesem Vogelring ist. Wo ist der Nippel? Das ist ein Vogelring? Ja, das sieht so aus wie ein Vogelring. Und da steht auch noch, wenn Sie diese Wurst wegfliegt, hacken Sie den Fuß ab und schicken Sie... Da ist eine Nachricht, diese Wurst ist schlecht. Ja, damit wir die Verbreitungsgebiete verbrusten. Würden Sie sich soweit bereit erklären und uns den Hinweis geben, ob es mit dem gemeinen Hausschwein zu tun hat? Würde euch die richtige Antwort helfen? Das wäre ja einfach. Das kommt sehr auf die Antwort. Reifen vielleicht unter und auf, das ist ein Ausdruck für Ventile. Ihr habt natürlich nicht recht. Das ist irgendwas anderes, ein Kanthaken. Es hat natürlich total was mit dem Schwein zu tun. Genau, das ist die Brust von der Sau. Richtige Antwort. Also, Schweinenippel ist eine Vorrichtung in Schweinestellen und zwar an das Schweinetränke. Wenn das Schwein Wasser saufen will, muss es mit der Schnauze auf den sogenannten Schweinenippel beißen und dadurch wird der Nachlauf frischen Wassers. Das weiß ja jeder. Das heißt, wir hätten nur länger warten müssen, bis Hellas Ferkel groß geworden sind. Thomas Müller aus Lohr, 500 Euro für Sie. Wir kommen zu Judith Deschner. Sie wohnt in Thalheim, liegt in Baden-Württemberg. Und Judith möchte gerne wissen, was ist eine Schneefangnase? Eine Schneefangnase? Eine Schneefangnase? So groß ist die. So groß. Schneefangnase. Eine Schneefangnase oder eine Schnee? Ach. Schneefangnase. Können Sie sprechen, wie Sie wollen. Schneefangnase, Schneefangnase. Aber Schneefangnase gibt es ja nicht, aber eine Fangnase gibt es. Also eine Schneefangnase. Konstantin ist ja ganz genau. Was? 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 Ah, ihr meint Michelle Friedmann oder was? Ja. Ja. Friedmann geht auf. Friedmann geht auf. Christoph. Jeder. Jeder. Natürlich. Ich krieg's. Ich krieg's. Alle. Wecker, Friedmann, Immendorf, alles Schneefangnase. Jeder hatte einen Namen parat. Ich glaube, also, gut, so ein Raubfahrzeug, mit dem man Schneeberseite schippt, der ein bisschen nahe liegt. Aber eventuell Hochgebirge, überhängende Felsklippen, an denen sich der Schnee fängt und Wächten produziert. Ja. Wächten. Man spricht auch von Nasen, die sich lösen. Das ist dann eine Lawine. Ja, können kann eine Lawine hervorrufen. Das passiert mir auch dauernd. Nein. Also wirklich, so ist es. Falsch. Das Feuer war auch falsch. Hat das mit Flugzeugen zu tun? Oh. Eine Schneeberseite. Ganz falsch, aber hübsch. Ah, das sind diese Nupsis auf Dächern. Es gibt doch, es gibt so Nupsis auf Dächern. Nupsis? Ja, Nupsis. Keine Ahnung, wie das sind. Nupsis sind auch die Dinger, die bei Ikea immer fehlen, wenn man ein Regal zusammenbaut. Aber es gibt sie auch in großer Form. Und zwar sind das so Nupsis oben auf den Dächern. Da sitzt der Schnee drauf und der verhakt sich dann, damit er nicht richtig runterrutschen kann. Richtig an. Ja! Das geht doch gar nicht. Sehr schön. Ich halte mich ja. Komm, das ist ja gut. Danke schön. Danke schön. Mando. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Susanne Lämmerhirt wohnt in Wehr-Baden. Susanne Lämmerhirt und möchte wissen, warum verklagte 1989 eine Frau aus Darmstadt den deutschen Wetterdienst in Offenbach? Vielleicht hatte die einen dicken Hals, weil die hieß, die hatte einen sehr seltenen Vornamen. Und der deutsche Wetterdienst hat einen besonders bösen Tief, einen mit Orkan und Hurricane, was die ganze Landschaft verwieselt hat, diesen Namen gegeben und die fühlte sich persönlich diffamiert. Die fühlte sich diffamiert, aber aus einem anderen Grund. Weil es gibt ja Folgendes beim Wetter. Orkane haben ja eine Zeit lang immer männliche Namen und eine Zeit lang immer weibliche Namen. Und sie hat leider erst angefangen darüber nachzudenken, als es immer männliche Namen gab. Dann hier, Moment mal, da ist bestimmt noch mal ein Weibchen dabei und das ist diffamieren, das ist diskriminieren. Das finde ich ungerecht. Ich bin auch eine Frau, deswegen würde ich gerne mal, dass die Weibchen... Früher haben die ja die Tiefs nur nach Frauen benannt und die Hochs nur nach Männern. Und deswegen hat die geklagt. Was hat das damit zu tun? Hat sie? Ja, ich kann zwei Lösungen anbieten. Einmal schließe ich mich heller an und sage, sie hat den deutschen Wetterdienst verklagt, weil die Tiefs eben immer Frauennamen hatten. Das kann sie diskriminieren. Aber ich glaube eher, dass der deutsche Wetterdienst nicht im Zuge dieser Sturm-Orkan-Warnung angesagt hat, dass es auch noch ziemlich regnen wird. Der Keller lief voller Wasser und deshalb hat sie den deutschen Wetterdienst verklagt. Nächste Frage. 89, Jahr des Mauerfalls, Jahr des Umbruchs, der Eisern im Vorhang in Europa wurde abgeräumt. Revolution, friedliche Revolution an allen Orten. Ja, aber was hat das mit der Frage so zu tun? Aber sehr schön. Sehr ruhig. Nein, pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Wetterdienst. Darmstadt war nicht auf der Karte. Wie? Die Stadt. Der Wetterdienst hat ja immer so Karten, wo die Städte drauf sind. Darmstadt war nicht drauf, genauso wie Opladen. Opladen ist auch nicht drauf. Richtig! Ihr habt's nicht! Ja! Siehste! Du kannst uns auch mal helfen, ihr verdammt nochmal! Wieso Darmstadt? Die kommt aus wer? In Baden? Ja, das meine ich doch! Der Wetteronkel hatte falsch abgelesen und hat gesagt, der Orkan findet in Darmstadt. Und äh… Unruh! 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 Also die hat den aber nicht verklagt, weil, wie der irgendein Kachelmann gesagt hat, die Sonne scheint und es wurde völlig anderes Wetter und die war deswegen total gebeutelt. Ne deswegen nicht. Also der alte Mann war doch eben zutraulich, also sie fühlte sich diffamiert. Da haben Sie doch gesagt, ja, sie fühlte sich diffamiert. Und war das ein richtiger Hinweis von Ihnen oder wie der eine doof ausgelegte Fähne? Das war seine Ehefrau, der hat zufällig beim Wetterdienst gearbeitet und der hat gesagt, so den verklage ich jetzt, weil der hat mich betrogen, diffamiert. Achso, das hat mit dem Wetterdienst gar nichts zu tun? Ne, das haben Sie jetzt nur gesagt, um uns in die Irre zu führen. Nein! Gab es denn überhaupt Stürme 89? Was war denn für ein Wetter 89? Ich habe es, ich habe es. Pass auf. Da kam, jetzt, jetzt, pass auf. Es war folgendermaßen, da hat der Wetterdienst gesagt, so passt auf, jetzt kommt der Riesenorkan, jetzt wird es richtig furchtbar, verrammelt eure Häuser und Wohnungen. Die hat Holz gekauft, die war bei Obi, die war überall, bei vielen anderen auch noch und die werden jetzt alle leider nicht einfallen, aber egal. Die hat dann die ganzen Fenster zugerammelt, überall zugemacht und dann kam kein Orkan und hat gesagt, Moment mal, ich habe alles verrammelt und verriegelt, ich habe Geld ausgegeben, wie verrückt mein Mann ist, hat eine Lichtallergie mittlerweile und so weiter und ihr nur deswegen und kann nicht mehr raus. Könntest du den jetzt mal so angucken, wie du mich immer anguckst? Das traut er sich, meine Mensch. Mach ich doch die ganze Zeit schon. Also Orkan ist es nicht, vielleicht hat sie einen Sonnenbrand gekriegt. Also ich glaube nicht, dass es was mit einem Wetter zu tun hat, wo sie gesagt hat, das Wetter, also wo das Wetter so war wie, egal, damit hat es nichts zu tun. Es war eben nicht so das Wetter, sie hat Montag angerufen und hat gesagt, Herr Kachelmann, würden Sie bitte Ihre leichte Bewölkung aus meinem Keller rauspumpen? Ja, es ist so, es kommt ein starker Wind aus dem Norden. Wetter, 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 der hat eine Formulierung rausgegeben, Formulierung, es geht um Wörter, wo sie sich persönlich beleidigt fühlte. Es geht um ein Wort. Es geht um ein Wort, Tief. Und wie hieß die nochmal? Tief. Wie die Frau hieß? Ja, das sagen Sie uns nicht. Ich weiß, wie die... Ah, dann hat es damit nämlich nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ich wäre fast alle Namen durchgegangen, die ich kenne. Die kommt aus Wer? Nein, Susanne Lämmerhurt kommt aus Wer, die diese Frage gestellt hat, aber die Dame, die den Wetterdienst verklagt hat, ist eine andere, die kommt aus Darmstadt. Und den Namen der Dame, den Namen der Dame sagen Sie uns nicht, oder? Nee, den weiß ich nicht, der ist auch völlig unwichtig. Der ist völlig egal. Ein Wort, ein Wort. Vielleicht haben die etwas... Unchristliches gesagt, oder so. Vielleicht haben die so wie Sauwetter oder irgendwas gesagt. Nee. Die fühlte sich in ihren Gefühlen verletzt? Na, ob das nur Gefühle waren, weiß ich nicht. Kaiserwetter, vielleicht war das... Kaiserwetter. Genau, aber nur der Fuß ab. Über den Namen des Orkans, des Sturms, der Name, hat es mit dem Namen verletzt? Ja, man hat nichts dazu gesagt. Aber er grinst jetzt auch. Er grinst, weil er denkt, scheiße, Sie sind so nah dran, Sie müssen nicht zugeben. Soll ich das sagen? Ja, bitte. Ihr hättet fragen müssen, wie alt die Frau ist, dann wäre es vielleicht gekommen. Wie alt ist die Frau? Genau. Jetzt ist es zu spät. Die Frau war 77 und fühlte sich diffamiert und verunglimpft, weil im Wetterbericht mal wieder von Altweibersommer gesprochen wurde. Oh, nee. Und hat tatsächlich den deutschen Wetterdienst verklagt. Und es kam zum Prozess am Darmstädter Landgericht. Und dort wurde dann höchstrichterlich festgestellt, dass die auch weiterhin ungestraft Altweibersommer Sachen dürfen. Das hätt ich denen auch so sagen können. Ich auch. Susanne Leverhurt, 500 Euro für Sie. Gratulieren. Karl Fleur, er kommt aus Mönchengladbach und möchte wissen, was ist ein Behördenoberteil? Behördenoberteil. Ja, das möchte er gerne wissen. Hochsommer. Beamte sitzen ja auch hinter solchen Schreibtischen wie wir. Es ist allerdings sehr, sehr heiß. Laut einer Sondergenehmigung ist Beamten, so wie wir, wenn wir jetzt hier sitzen, gestattet in Badehose, aber mit... Krawatte. Ist das dann das Behördenoberteil und unten haben wir nichts an? Nee. Unten haben wir nichts an, oben, ne? Das ist der Chef. Der heißt Behördenoberteil, ungarnsprachlich. Das ist das Behördenoberteil, was soll ich schon da? Nein, kannst du Kaffee nehmen. Nee. Ein Behördenoberteil ist vielleicht die Beleuchtung in großen Gebäuden, Stadtgebäuden. Oberteil. Weil die an der Decke hängt. Oder das Dach. Das Dach. Das Dach auch nicht schlecht. Behördenoberteil. Vielleicht ist das... Das ist wieder etwas, was es wirklich nur bei uns in Deutschland gibt. Ja, ja, ja. Oberteil. Ja. Vielleicht kommt es aus der Rechtsprechung... Also ich muss etwas weiter ausholen, weil ich selber nicht weiß, wie ich den Bogen sparen soll, aber ich glaube, das stört hier keinen. Und dann ist es mir egal. Und zwar, ich glaube, es kommt aus der Behördensprache der Jurisdiktion, und zwar Kraftverkehrsrechtswesen. Wenn ein Ober einen Unfall hatte und nur ein Teil von diesem Ober vor Gericht ist, das eine Behörde ist, dann ist dieses Teil... Wie nur ein Teil? Ja, ein Arm oder so. Dann ist das ein Behördenoberteil. Der hat geklaut. Ja, ja. Der hat geklaut mit der rechten Hand. Ja, Spaß. Reicht doch, oder? Ja. Deckel eines Aktenordners. Oh, nicht schlecht. Falsch. Zwei, das hast du auch der Behörde selber gehört. Natürlich. Das ist ja ein privates Oberteil. Ich weiß, das ist ein Kellner. Behördenoberteil. Das ist... Wir schneiden da raus. Das ist... Der Kellner. Der Kellner. Das sind doch diverse kleine Schilder angebracht. Erster Stock Finanzverwaltung, zweiter Stock Sozialamt. Und das Oberteil ist das ganz obere Schild, wo steht Kantine, WC. Das ist das Behördenoberteil. Das obere Schild. Könnte sein, dass ich nicht recht habe. Könnte sein, ja. Es gibt ja in der Behörde eine Hierarchie. Ja. Also Arschrittgeber und Arschrittnehmer. Ja. Und... Ja, wie überall. Und wenn man halt im gehobenen Dienst ist, gehört man zu den Arschrittgebern und gehört zum Behördenoberteil. Oh. Sehr schön. Falsch. Hugo. Vielleicht ist es wirklich eine Kleiderordnung, das finde ich gar nicht so dumm. Ja. Und zwar manche Leute, die was mit einer Behörde zu tun haben, die da zum Beispiel sitzen, die sind immer nur von oben zu sehen. Wie die Nachrichtensprecher. Es gibt ja lustige Bilder von Nachrichtensprechern, die im Hochsommer Krawatte, Anzug und alles haben und da drunter nur eine Shorts an. Das ist eine Kleiderordnung für den... Erzähl mir. Sag es doch mal. Sag es doch mal. Sag es doch einfach mal. Sag es doch einfach mal. Sag es nicht. Diesen Triumph gönne ich Ihnen. Nö. Sag es mal eben. Sag es mal eben für Spaß. Sag es mal eben. Es ist ein Namensschildchen bei Beamten. Sag es mal eben. Sag es mal eben. Sag es mal eben. Das ist nur mal testweise. Hugo, es ist ein Namensschildchen bei Beamten. Leider nicht, aber es wäre schön. Jetzt. Jetzt. Ich hab nichts aus. Danke. Danke. Ja. Leute sind einfach nicht gekommen. Jetzt nehmen wir mal... Oh, ganz neue Methode um das aufzulösen. Jetzt nehmen wir mal die Einzelteile und da frage ich jetzt mal, ist es denn ein Oberteil? Was? Bitte was? Naja, aber nicht verständlich. Es ist in gewissen Sinne nicht verständlich. Wie findet ihr denn, wenn es zum Beispiel Bilder wären, also so Dekorationssachen an Wänden? Weil es gibt bestimmt Unterteile in Behörden, nämlich Teppiche, Auslegware und es gibt Oberteile. Der Bundespräsident, der da hängt oder so. Ein Schreibtisch ist auch ein Behördenoberteil. Zum Beispiel. Genau. Alles was irgendwie so über der Gürtellinie gehört, sind die Oberteile und alles was droht. Ausstattung. Es geht um Ausstattung in Behörden. Nein. Geht es überhaupt in Behörden? Geht es überhaupt in Behörden? Oder gibt es für Behörden noch was? Ja bitte. Hatten wir denn Kleidung schon ausgeschlossen? Ja. Oberfinanzverwalter. Wenn wir uns das jetzt mal so wie ein Stammbaum vorstellen. Ganz oben ist jetzt die Oberbehörde. Nehmen wir mal die Oberfinanzbehörde. Ja. Und unten sind jetzt so Regionale, die Arbeitsamt-Außenstelle sagen wir mal. Ja. Und wenn wir die jetzt so mit gedachten Strichen miteinander verbinden, dann ist jetzt die oberste Behörde, sagen wir mal die Oberfinanzdirektion, ist das Oberteil. Und hier unten sind die Untersegmentierungen so etwas. Alles falsch. Sind es die Aktion? Ist es ein Radiergummel? Hat es was? Bleistift. Ein Bleistiftanspitzer. Sind wir denn bei Behörde richtig? Das hat mit Behörde richtig. Das hat mit Behörde zu tun. Also es hat was mit Behörde zu tun. Ich werde es euch sagen. Und nicht schon wieder. Doch. Ich sage es. Weil Ralf möchte ja ein bisschen Geld haben. Also in der Behördensprache hat man ja für alles eine Bezeichnung. Also. Ähm. Normalerweise oder sagen wir mal üblicherweise gibt es ja in Behörden auch Heizkörper. Immer. Im Winter ist es kalt, da muss man heizen. Da jetzt aber die Behörde nicht möchte, dass jeder den Heizkörper auf die Temperatur stellt, die er gerade haben will, weil er dann laufend an diesen Dingern rumgedreht wird. Ähm. Wird also der Drehgriff am Heizkörper abgezogen und das sogenannte Behördenoberteil raufgeschraubt. Ne. Die haben doch einen Scham. Das niemand mehr an den Heizkörper gehen kann. Dieses Ding heißt Behördenoberteil. Das heißt Muffe. Das sieht man doch. Das ist eine Muffe. Das ist eine ganz klassische Muffe. Aber nicht in der Behörde. Da ist es einfach nicht. Eine linksdrehende Muffe ist das. Das gibt es manchmal auch in Hotels. Da gehe ich demnächst mal zur Rezeption und sage, Entschuldigung, da stimmt was nicht mit einem Behördenoberteil. Ralf Lehr, 500 Euro. Gratuliere Ihnen. Sehr, sehr schön. Wenn Sie auch so eine schöne Frage haben, dann können Sie einfach schreiben, Genialdaneben 50 636 Köln oder Sie rufen an 01 378 10 11 20 oder eine E-Mail fragen. Genialdaneben.de Was wollten Sie sagen? Sie werden wütende E-Mails bekommen, weil Sie auf meine Frage, ob es irgendwas mit Ausstattung zu tun hat, mit Nein. Ausstattung. Also wenn das Ausstattung ist. Weißt du was ich glaube Hella? Weißt du was ich glaube Hella? Dass du bei Sat.1 einigen Leuten zu mächtig geworden bist. Stefan Stranz kommt an sich aus Kaiserslautern. Heute Abend ist er hier in Hürtkalt-Scheurand. Stefan Stranz, wo sitzt er? Da hinten. Weiter Weg von Kaiserslautern hierher. Ich hoffe es lohnt sich für Sie. Es geht um 500 Euro. Ich drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Stefan möchte gerne wissen, was ist ein Kuhschwanz-Entzerrer? Wie sagen Sie dich eigentlich nach vorne gesetzt? Ein Entzerrer. Ein Kuhschwanz-Entzerrer. Also ich weiß, dass in Kuhställen die Kühe wirklich an ihren Schwänzen so Drähte haben, aber vielleicht weiß ich nicht genau warum sie die haben, ob sie sie nicht vollkoten sollen. Ist das ein Entzerrer, Herr Balder, in einem Stall? Eher nein. Hugo, 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 das hat das mit unserer gemeinsamen Vergangenheit zu tun, mit Musik, mit Audio im weitesten Sinne. Aha. Equalizer. Ja. Pfff. Ein Klangregler, eine bestimmte Form der... Damit man auch im Kuhstall Musik mal anpackt. Damit es nicht gut anhört. Es ist die Form der Kurve, die da eingestellt wird am Equalizer. Es gibt zum Beispiel Sägezahn, Sinuskurven und dann gibt es eben auch den Kuhschwanz. Achso, ihr darfst ja nicht sagen. Müssen wir das so gelten lassen, ne? Richtig. Ja. 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 Also mit dem sogenannten Kuh-Entzerrer kann man den Klang eines jeden Tons so filtern beeinflussen, dass der Ton hinterher anders klingt als vorher. Und den bearbeiteten Ton kann man anschließend grafisch darstellen. Und man hat dann so ein Kurvendiagramm, wie du eben sagtest, dessen Linien auseinanderlaufen wie das ausgefranste Ende eines Kuhschwanz. Deswegen heißt das den Kuhschwanz-Entzerrer. Sehr groß. Stefan, es tut mir sehr leid. Hätte ihm die 500 Euro gerne gegeben, aber... Nein, 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 nein. Streber, Schröder hat zugeschlagen, was soll man machen? Wir kommen zu Pericles Dimasis. Und Pericles Dimasis wohnt, wie schon der Name sagt, in Kleve. Und Pericles Dimasis möchte wissen, was ist das Schubladenphänomen? Geht auf, geht zu. Man kann was reintun. Ja. Da bleibt es auch. Man weiß, wo es ist. Was ist das Schubladenphänomen? Also es ist einsortiert, Etikett drauf. Eine menschliche Eigenschaft, dass Menschen automatisch Leute Schubladen... Ja, aber das Schubladen denken. Aber ich glaube, dann wäre das Wort Phänomen falsch, weil denken wird ganz anders geschrieben. Nein, das ist richtig. Aber dieses Phänomen, dass ein Mensch vielleicht gar nicht anders kann, als so Schubladen aufzumachen... Blonde Haare. Ah, blond, blöd. Ah, so ein psychologischer Defekt. Ja, ja. Ja, weißt du so eine... Ich nehme an, das ist, wenn ein Jebis nicht richtig sitzt. Ja. Sagst du, da hat so... Und hast die Zähne in der Hand. Schieb zum Schlaf. Ne. Astrophysik. Wie sieht eigentlich unser Universum aus, wenn man sich jetzt mal daneben stellt und sich's anschaut? Ja. Ja. Es geht auf, es geht zu, es ist unendlich, andererseits aber auch wieder abgeschlossen, sodass man eben nicht von einer unendlichen Anzahl von Galaxien sprechen kann. Ist das das Schubladenphänomen? Sehr gut falsch. Das Schubladenphänomen, das kommt aus der Klimaforschung. Ach. Ja, hab ich mal gelesen. Okay. Glaube ich. Und zwar beschreibt es das ständige Auf- und Abschmelzen eines Gletschers. Meistens so, er schmilzt auf, dann stirbt jemand und dann ist er da drin und dann schmilzt der Gletscher wieder zurück, dann ist er erstmal weg. Irgendwann taucht der Gletscher dann wieder auf und dann ist der Mann wieder da, zum Beispiel Ötzi. Also wenn du das noch einmal machst, dann ist das... Wie kommst du denn von Schubladen denken auf Ötzi? Du hast doch einen Knall, wenn du mir jetzt sagen, dass das stimmt, dann flippe ich aus. Sagen Sie es einfach, Sie können das ja widerrufen, aber ich will sehen wie der Mann... Schubladenphänomen. Schubladenphänomen. Ich glaube, dass das eine Krankheit ist, dass das ein Gebrechen ist. Gebrechen nicht so sehr. Aber eine Krankheit. Krankheit in dem Sinne auch. Aber es hat was mit der Orthopädie zu tun. Ja. Orthopädie tatsächlich mit Knochen und Lenk und Knochen. Vielleicht ist das sowas wie, es gibt doch dieses Lethal Weapon 1 bis 17, wo die Schulter kaputt ist, der die so rausnehmen kann und wieder rein. Luxation. Das ist ein... Ja, so heißt es nämlich im Fachwort. Luxation. Warte mal, wie heißt das? Luxation. Ich will auch so eine Mütze. Das geht so. Ja, okay. Also es hat was mit Orthopädie zu tun und mit Auf und Zu. Ja, nicht so sehr mit Auf und Zu. Aber mit rein und raus. Aber das mit dem Schulter rausnehmen, fand ich absolut eindeutig. Die Gelenkkopse kann man aus der Gelenkpfanne herausnehmen, wie eine Schublade. Ja, man sagt doch, die Wirbel sind raus. Vielleicht gibt es sowas, wenn die Wirbel so... Sind sie alle schief? Sieht ja auch aus, wo viele Schubladen übereinander. Genau. Oh, oh, oh. Weißt du, wer ein... Die Bandscheibe springt raus und das ist jeweils die Schublade, die rausgezogen wird durch eine schlechte Bewegung. Weder Schulter noch Bandscheibe. Hat Biolek ein Schubladenphänomen? Knie, Knie. Ich weiß es nicht. Ach so. Ach das bei mir regnet sie mal rein. Oh, das gibt's ja doppelt. Das gibt's ja so ungefähr. Ja. Aus der einen Schublade fällt. Wenn die Kniescheibe mal so wegfliegt zwischendurch. Nicht die Kniescheibe. Nicht die Kniescheibe. Knie ist richtig. Knie ist richtig. Kreuzband. 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 Riss. Wenn das Kreuzband gerissen ist. Richte Antwort. Richte Antwort von Danathoriker. Ja. 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 Wenn das Kreuzband gerissen ist, liegt eine abnormweite Verschieblichkeit des Unterschenkels gegen den Oberschenkel vor. Wie bei Schublade, die man rauszieht. Also so, und da spricht der Orthopäde von Schubladenphänomen. Da hätten Sie nicht gedacht, dass wir das rausziehen. Nein, hätte ich nicht. Pericles di Marsis aus Kleve. Es tut mir wahnsinnig leid, hätte es Ihnen gerne gegönnt, aber na gut. Michael Backes kommt aus Ratingen. Und Michael möchte gerne wissen, was sind U-Boot-Christen? Was? U-Boot-Christen? Ja. Das sind die Jungs, die noch in den Katakomben liegen. Frühchristliche Gemeinde, genau. Rom war ja unterkellert. Was sind U-Boot-Christen? Ah, ah. Ich sage jetzt mal nichts. Das sind Terroristen. Was gibt das so? Ja, es gibt ja so U-Boot. Darf man das sagen? Ich weiß nicht. Was kommt? Ja, es gibt ja so geheimen Menschen, die irgendwo lange so leben und so tun, als wären sie ganz, ne, als wären sie sich dem Land angepasst und so weiter und wären so lange schon, alles ist gut und die sind lieb und kaufen immer ein Brötchen und streichen ihnen die Kinder und das sind dann U-Boot-Menschen. Und irgendwann kriegen die so einen Knopf drin, kriegen die einen Anruf. Und wären Christen. Und wären Christen. Nein, es gibt dann auch Länder, wo es eben nicht so ist und da kriegen die dann den Anruf so, jetzt geht's los und dann müssen die die anderen... Aber warum heißen die dann U-Boot-Christen? Weil man die vorher nicht sieht. Ich glaube, das ist spezielles Zehgebäck an Bord von U-Booten. Das sind sehr kleine Oplaten, so eine Art Christstollen eventuell auch. Und aus Platzgründen, weil es in so einem U-Boot ja sehr, sehr eng ist, sind die eben ganz besonders en miniature und so eine ganz kleine Schachtel verpackt und stehen dann in der Kombüse, ist so ungefähr 20 Zentimeter oben unter dem Heizungsschacht. Vielleicht sind das ja Christen, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie keine Steuern mehr bezahlen wollen und trotzdem noch in die Kirche gehen. Nee. Um den Seelenheil sich doch noch einzupfeifen. Nee. Was mich ja interessieren würde, ist, hat es was mit U-Booten oder mit Christen zu tun? Ich glaube, es hat eher was mit Christen zu tun und das fand ich nämlich gar nicht so dumm. Das sind vielleicht so Evangelien, die zu den Katholiken in die Messe gehen. Die stauben da nämlich Seelenheil ab und zahlen keine Steuern dafür. Wie Sie mal so richtig besaufen wollen, gehen wir mal an. Ich könnte mir mal vorstellen, dass das mit U-Booten zu tun hat. Was hat das mit U-Booten zu tun, Herr Balder? Und zwar zum Beispiel ein Schraubenzieher. Wie heißt das denn? Da gibt es doch so Handwerksgeräte, den nennt man hier. Gebt man mal den Christen rüber. Ein neuner Christ. Ein Kreuz, das ist in einer Form liegen für ein Kreuzschrauber. Ach, ihr habt ein Werkzeug. So wie ein Engländer oder Franzose. Genau, Engländer, Franzose, Christen. Und Christen ist ein Hammer vielleicht. Für Neck. Es gibt doch ein Kruppteil. Nein, ich habe doch nur überlegt. Unterwasserhammer, für Lautzeichen. Es gibt doch einen Cocktail, der heißt U-Boot, wenn ich mich recht entsinne. Und U-Boot-Christen sind Katholiken, das wissen wir ja, die in die Kirche gehen und statt Messwein eben Cocktails ausschenken. Was? Und deswegen ist die Kirche da auch immer voll. Ich glaube, wir müssen das mit U-Booten zu tun und nicht mit Christen. Ja, ich glaube, es ist sowohl als auch. Was macht denn den Christen aus? Er glaubt an die Auferstehung, das Auffahren. So, es ist der zuständige Tauchoffizier an Bord eines U-Boots, der dafür sorgt, dass das Boot aufsteigt. Das finde ich genial. Das finde ich, uh. Das will ich. Das will ich. Ja. Ist du das? Ah, ist tierisch. Sehen Sie es vielleicht die bestimmte Chöre, Kirchenchöre, die bei der Marine einen guten Job machen und eben zu den Jungs in die U-Boot? Ja, da ist so wenig Platz, ne? Christliche Marine. Stellt euch mal, die Fischer gehören im U-Boot vor. Ja, ich wünsche es. Dann säuft das Ding ab. Wir haben Ruhe. Oh, ja, du hast alle Platten von dem Mann, Jan. Was sind denn sonst noch christliche Symbole an Bord eines U-Boots? Zum Beispiel jetzt das Kreuz im Lenkrad. Das ist ja U-Boot-Christ. Vielleicht missionieren die unter Wasser. Wen? Die Fische. Da laufen dann Fische. Den Satan-Zeig. Die sagen dann nicht, die sagen Amen. Amen, Amen, Amen. Ich glaube auch nicht, dass es Gruppen sind, die irgendwelche durchgeknallten Leute unter Wasser trauen, weil sonst hießen sie ja U-Boot-Pfarrer. Aber Militärseelsorger. Hat das denn wirklich mit dem U-Boot als solchen zu tun? Dann habe ich eine naibische Gefahr, der weigert sich. Also muss es stimmen. Ja, ich dachte mir, ich habe schon so Möbel gemacht, dass er keine Ahnung sagt. Ich glaube, er hat die Antwort selber nicht verstanden, die da steht. Der liest sie gleich nur vor. Die Antwort habe ich verstanden, weil sie ganz einfach ist. Also sind Bordfahrer, oder was? Ne. Ne, achso. Ja, dann nächste Frage. Ah, das sind Teuflinge, die man so lange unter Wasser hält. Die dabei abgefüllen, oder was? Bis sie von Sommer wieder auftauchen, oder was? Haha, das finde ich gut. Dann holt sie wieder raus. Genau, U-Boot-Christen sind die, die bei der Taufe unter Wasser tot blieben sind. Nein, es gibt, die werden damit nicht drübergehauen, sondern die werden ganz untergetaucht. Das sind die U-Boot-Christen. Oder vielleicht, die in einem U-Boot konvertiert sind. Die haben gesagt so, ja, lass mich doch mal, du guckst immer so, was soll denn das eigentlich? Ich sag mal was und du guckst immer so. Vor und da schwimmen jetzt mehrere männliche Touristen, schwimmen da so, machen so Rückenschwimmen. Und es sieht ja immer so aus, als würde dann dieses Periskop rausgucken. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Und dann wird halt der Hotelchef gefragt, da kommen halt irgendwelche Feministinnen an und und sagen, guck doch mal, was ist denn da in dieser Bucht, was ist denn da los? Und der Hotelchef sagt, ach ja, das sind die U-Boot-Christen. Sehen die es vielleicht Blumen? Es gibt sicher auch eine Christblume. Ja, es gibt ja auch einen Christstollen. Eben. Die U-Boot-Christen, das sind einfach nur die Rosinen im Christstollen. Natürlich. Weil Jesus, und da kannst du den so essen, Moses. Aber Jesus ist ja übers Wasser gegangen. Und man fragt sich ja bis heute, wie ist der denn übers Wasser, wie hat er das gemacht? Korkschuh. Das war so ein U-Boot, das fuhr unter ihm her und hat ihn getragen. Er stand oben auf dem Geschützturm. Ich werde es euch sagen. Ich glaube, es geht um Christen. Ich glaube, es sind Christen in einer besonderen Funktion. Ist der nicht schlecht mit dem über dem Wasser laufen? Ja. Und vielleicht sind das die oberen Platten eines U-Bootes oder irgendwas, was oben an einem U-Boot befestigt ist, weil man da drüber laufen kann, wenn das U-Boot nicht unter Wasser ist. Hat das was mit Kreuzen zu tun? Oder vielleicht ist es die Luke oben in einem U-Boot? Ich finde das schön, auf was hier alles kommt. Das ist großartig. Sie sind eigentlich mit irgendwas irgendwie nah dran. Das ist ganz einfach. Ich habe großen Spaß. Und vor allem hat Michael Backes Spaß, weil der hört sich das Ganze an die ganze Zeit. Und ich werde euch sagen, was U-Boot-Christen sind. Jetzt U-Boot-Christen werden Kirchenbesuche genannt, die das ganze Jahr abgetaucht sind, sich nie beim Gottesdienst blicken lassen, nur an Feiertagen, Ostern, Weihnachten. Oh. Gehen Sie mal in die Kirche. Ansonsten nicht. Und nochmal. Oh. Ganz einfach. Das sind U-Boot-Christen. Michael Backes, 500 Euro für Sie. Ja. Die roten und gelben Bändchen in Gebetsbüchern. Post-it vielleicht. Diese kleinen Klebe. Richtig die Antwort. Die Mütze. Die Mütze. Ja. Die Mütze. Ja. Die Mütze. Die Mütze ist auch. Ja, ja. Toll. Sehr gut. Ja. Das geht am besten. Das geht schnell. Also Art Fry hat die Erfindung eines Kollegen genutzt. Und zwar besagte Kollege Dr. Spencer Silver hat 1968 bereits einen Klebstoff erfunden, der allerdings nicht richtig klebte. Und äh... Wie gut. Ja. Und Art Fry hat dann genau das gebraucht für sein Gesangsbuch, nämlich das, was wir heute unter Post-it kennen. Lesezeichen, die man auch wieder abziehen konnte, ohne das Papier zu beschädigen. Klasse. Sehr gut. Da sieht man mal, wie gut es ist, in die Kirche zu gehen. Aber es tut mir leid. Wir kommen zu Ilona Fabry. Sie wohnt in Hittenhausen. Und Ilona möchte folgendes wissen. Warum teilen die Beamten des belgischen Polizeireviers Genk, in Genk, in Belgien, ihr Mittagessen mit Kleinkriminellen? Ja, weil die wachsen müssen. Ja, bevor es einer von den Kollegen macht, meine Damen und Herren, habe ich das jetzt gesagt. Kann ich die Frage noch einmal? Warum teilen die Beamten des belgischen Polizeireviers Genk ihr Mittagessen mit Kleinkriminellen? Also Kleinkriminelle ist ja ein sehr übergeordneter Begriff. Vielleicht sind das ganz speziell Leute, die nur Lebensmittel klauen. Nein, also Kleinkriminelle, damit werden, glaube ich, hier, also nicht gerade Mörder und solche Leute gemeint. Die würden dort nicht sein. Die würden dort nicht sein. Also Kleinkriminelle, weil er geklaut hat oder so. Ich glaube, die würden gerne mit allen essen, die trauen sich noch nicht, weil mit Mördern würde ich auch nicht gerne mein Essen teilen. Deswegen meine ich das nur mit den Kleinkriminären. Was hast du gemacht? Ich habe einen Schlüssel geklaut. Okay, komm, dann essen wir zusammen. Und dann machen die sich einen schönen Abend und dann kann er wieder nach Hause und dann ist gut. Das heißt, die sind da, die sind, die sind die, das ist nämlich die Frage, sind die Kleinkriminellen da überhaupt eingebuchtet? Mhm. So. Gut. Nächster. Dann haben die nur eine Kantine. Ja, aber was? Vielleicht müssen wir es ja umgedreht sehen. Die Kleinkriminellen kriegen was zu essen. Sie sind zwar eingebuchtet, aber. Und die Polizisten klinken sich damit ein. Das ist schon ein Ablaufverbezug. Vielleicht ist es ja so, dass die Kleinkriminellen ihr Essen mit den Polizisten teilen. Weil der Kleinkriminelle an sich ist da eingebuchtet und wartet darauf, dass seine Gattin oder die Tochter oder die Oma oder wer auch immer, ihm die Speisen mittags bringen. Ich gebe euch mal eine kleine Hilfe. Die sind zwar da eingebuchtet, aber die werden dort in diesem Revier nur so zwischengelagert für 24 Stunden. Siehst du? Bevor sie dann ins richtige Gefängnis abgeschoben werden. Ach so. Das ist sehr provisorisch. Aber sie bleiben in der Regel dort nur einen Tag. Aber wenn sie ihr Essen teilen, haben sie vielleicht eine Haft, dann müssen sie nicht so lange vielleicht. Wie? Du kriegst die halbe Pommes ab, dafür muss ich nicht so lange in die Haft. Nein. Aber was heißt denn Essen teilen? Heißt das hier jetzt eine Fritte und die schneiden wir jetzt mal längst durch, damit wir beide Spaß haben? Also die belgischen Polizisten auf diesem Revier teilen ihr Essen, was die kriegen. Auf dem Teller. Auf dem Teller oder mitgebrachte Brote völlig wurscht mit diesen Kleinkriminen. Warum? Es gibt keine Kantine. Warum? Der Beamte ist aufgefordert von der oberen Behörde, gefälligst selber Wurstbrote mitzubringen, um damit... So ist es nicht, aber es hat schon was damit zu tun. Ah, ha. Die Kriegschaft, hast du gesagt, der Beamte ist aufgefordert? Ist aufgefordert, zum Beispiel, der muss ja auch selber seine Socken kaufen, die werden nicht mehr von der Polizeibehörde bestellt und man soll eben auch die Heftige jetzt mal mit verpflegen für eine gewisse Zeit drauf. Genau, die kriegen Verstafung zugeteiltes Geld für die Speisen, für die Kleinkriminellen. Wer? Die Bullen. Nein. Die Kleinkriminellen. Die Stadt, die Stadt Genk, das Örtchen Genk bekommt Zuschuss vom Staat für das Essen von Gefängnisgesassen. Und die wollen die Kohle aber lieber haben für einen neuen Anstrich oder was auch immer und bringen von zu Hause die Wurstsemmel mit und teilen sie dann. Das Gefängnis ist eine Wurstküche. Was? Man kann ja auch Tüten kleben im Gefängnis oder so und so wie man woanders Tüten klebt, so wird dort Wurst hergestellt oder Mittagessen halt gekocht. Das ist eine Großküche für ganz Gängen. Und dort arbeiten... Das war gut. Das war sehr gut. Das war ganz... Das nämlich, der Staat, es gibt eine Regelung, dass dieses Gefängnis oder diese Polizeistation wird bezuschusst nach Anzahl der amtlichen Mitarbeiter, also der Polizisten, die da arbeiten. So, jetzt sind die aber gezwungenermaßen dazu gezwungen worden, zwanghaft Leute einzuzwängen. Ich wollte einfach ein paar Z-Worte bringen, damit man... Ich merke euch. Ich kann das nicht. So, und jetzt ist es so, die haben die bekommen, aber der Zuschuss ist noch nicht erhöht und deshalb müssen die das jetzt teilen. Das ist einfach... Das ist ja Quatsch, was ich gesagt habe. Das ist noch ein bisschen Quatsch. Wird ja Essen hergestellt. Wo? Im Umkreis dieser Polizeistation. Da wird mit Sicherheit irgendwo Essen hergestellt. Na klar. Im näheren Umkreis. Das weiß ich nicht, ich wäre noch nicht da, aber es wird ja entgegenk irgendwelche... Restaurants geben. Ja, aber in Gank gibt es nicht so viele Kleinkriminelle. Belgien ist ja nicht so groß, fährst du rein, bist du wieder draußen. Das ist ja so. Und so ist es ja auch mit der Stadt. Deswegen haben die vor Ort, haben die nicht permanent jemanden, der da Essen kocht, für die Leute, die da im Knast sind. Für diese 24 Stunden. So ist es nicht. So ist es nicht. Vielleicht hätten die einen Koch einstellen müssen oder eine Köchin und dieser Posten musste aber irgendwie eingespart werden. Und deswegen teilen die ihr, weil die keinen Koch haben. Den Koch haben die da sowieso nicht. Dazu ist es ja viel zu klein. Also die bringen ihr privates Essen von zu Hause mit und dann geht die halbe Stunde an den Gefangenen. Aber da wird quälen uns. Ich merke es, ich sage es euch. Ich habe keine Lust mehr. Während ihres maximal 24 Stunden dauernden Aufenthalts in dieser Zelle des Polizeireviers Gang, müssen die Häftlinge laut Gesetz verpflegt werden. Laut Gesetz stehen aber dafür nur 1,50 Euro pro Tag zur Verfügung. Und weil die örtlichen Restaurants sich weigern, zu diesem Preis Essen zu liefern, weil wer macht das schon, teilen notgedrungen die Polizisten ihre eigenen Mahlzeiten mit den Gefangenen. Nicht so. Naja. Ein bisschen. Also können wir mal eine Abstimmung machen. Aber nicht so. Nein. Wir sind ganz lieb und geben Ilona 500 Euro. Einverstanden? Ilona 500 Euro für Sie. Aber gibt es nicht schon Hamburger für 99 Cent? Wahrscheinlich nicht in Genk, denke ich mal. Die haben keine Hamburger-Butter. Aber ist doch nett von den Jungs. Ist doch lieb. Machen die ja nicht gern. Kommt drauf an, wird die Mama zu Hause draufschmeckt, ob das nett ist. Gisela Hild kommt aus Augsburg und hat eine wunderschöne Frage, wie ich finde und sie möchte gerne wissen, wie konnte Hans-Günter Winkler, den wir alle noch kennen, den Springreiter, wie konnte Hans-Günter Winkler 1956 in Melbourne, bei den Olympischen Spielen, eine Goldmedaille gewinnen, obwohl er gar nicht da war? Das weiß kein Mensch. Doch. Hat das Pferd nicht die Goldmedaille gewonnen? Das war ja Haller. Naja, Günter Winkler mit Haller. Deswegen musste meine Mutter selig sich ja mal anhören, du kannst dem Kind doch keinen Pferdenamen geben. Aber ich weiß, dass der Winkler sich irgendwie der alte Rippe gebrochen hat und die Haller hat das mehr oder weniger alleine gemacht. Olympische Spiele 1956 in Melbourne. Aber der saß ja noch auf dem Pferd bis zum Schluss. Ja. Hat Hans-Günter Winkler eine Goldmedaille gewonnen, obwohl er gar nicht da war? Ah, ich weiß es, weil nämlich niemand in Australien war, weil die die ganzen Pferde nämlich nicht nach Australien schiffen konnten. Und die Pferde-Geschichte war die einzige Disziplin, die nicht in Australien bei den Olympischen Spielen stattfand, sondern irgendwo anders in Europa. In Stockholm. Ja, 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 ja Reitwettbewerbe wurden nicht in Melbourne ausgetragen, weil die Quarantänebestimmungen so streng waren, dass die Pferde nicht rein durften und fanden in Stockholm statt. Und so hat er in Melbourne Gold gewonnen, obwohl er gar nicht da war. Gisela, es tut mir leid, Frau von Sinnen hat es gewusst. Tut mir auch leid, hat es irgendwann mal gelesen. Sie hat es mal gelesen. Nun gut, es war sehr interessant, ihr Lieben, ihr habt viel gewusst. Wir haben auch ein bisschen Geld verspielt. Und ich hatte es am Anfang der Sendung schon angedroht. Dank der Grimme-Mütze von Herrn Boning werden wir heute viel wissen. Selbst gehegelt. Sehr gut, sehr gut. Herr Boning, die Mütze hat uns sehr geholfen. Würdest du mir auch eine mal stricken? Aber ich möchte auch, ich auch. Du setzt ihn ja gerade mental unter Druck. Meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause auch so eine Mütze haben wollen, rufen Sie Herrn Boning an. Auch nachts. Das war genial daneben. Schönen Sommer. Das war ja auch.